Hallo Leute, RagingRaptie hier und ich begrüße euch zu einer neuen Panzer-Vorschau aus dem Supertest. Und zwar heute haben wir einen chinesischen Stufe 10er TD und das ist einfach etwas, das aus dem Nix gekommen ist, weil, seien wir mal ehrlich, dieses Jahr haben wir überhaupt nichts aus dem chinesischen Baum erwartet. Klar, wir haben hier einen Stufe 8er Medium, Premium Medium, der da momentan ein bisschen vorbereitet ist, aber ansonsten, nee, wir haben erwartet, dass was mit den italienischen Heavies kommt, die sind jetzt ja auch auf dem Testserver und wir werden erwarten, dass die tschechischen Heavies kommen werden später dieses Jahres. Aber ein chinesischer Turm-TD, das ist etwas, das hat niemand erwartet und das öffnet Pandoras Box. Was soll das jetzt heißen? Werden wir eine neue persönliche Kampagne haben? Wird das ein neues Fahrzeug sein, nur für den China-Server, wo es verkauft wird? Oder wird das ein neuer CW-Belohnungspanzer werden? Und eben, ist es etwas, ein neuer Baum, Minibaum oder ist es etwas für eure persönlichen Kampagnen? Viel zu spekulieren gibt es dort, aber ich denke, wir springen jetzt doch mal dort rein, wo wir die klaren Fakten haben. Und zwar die ersten Daten dieses Fahrzeuges. Und da fangen wir doch direkt an mit der Kanone. Der 114 SP-2 hat eine 650 Alpha-Kanone mit 273 Standard-Pen auf der AP-Munition und der 329 Pen auf der AP-CR. Es ist eine 152mm-Kanone, heißt also, wir haben ordentliche Obermatch-Möglichkeiten. Ich persönlich habe mich jetzt dafür entschieden, das Fahrzeug mit dem E4, weil es ja auch ein TUM-TD ist, mit dem Gegenstück aus dem chinesischen Baum und der Grille 15 zu vergleichen, sowie mit dem 1-2-1. Wieso mit dem 1-2-1? Einfach, weil ich auch einen Second-Line-Support-Medium bzw. TD mal zeigen wollte. Als Vergleich vor allem, es geht da drum um die DPM und der Genauigkeitswerte. Weil, wie gesagt, wir werden das noch gleich sehen, beim 114 SP-2 muss ich sagen, das Ding fühlt sich wirklich so nach einem Support-TD an. Ein Support-TD, der vielleicht in der mittleren Linie spielen kann. Und der 1-2-1 ist genau auch in diese Richtung so ein Support-Medium, der auch von der mittleren Linie spielen kann. Und genau deswegen möchte ich es eben mit dem auch ein bisschen vergleichen, damit ihr seht, was ist denn da jetzt der große Unterschied, vor allem im DPM. Weil DPM, wenn man sich so sagt, ja, 650 Alpha beim 114 ist jetzt nicht gerade super. Und das stimmt auch. 2350 DPM, das ist schwach und es ist nicht so schlecht wie der vom E4, aber ziemlich nah dran. Ziemlich, ziemlich, ziemlich nah dran. Und eben, ihr habt nur eine 650 Alpha-Kanone, nicht eine 750 Alpha-Kanone. Heißt also, ihr habt es wirklich schwieriger, auch mal einen guten Trade zu machen. Also eure Trades sind nicht ganz so gut wie die von einem E4. Und dazu kommt eben, eure Standard-Munition, die hat nicht so viel Penn wie die vom E4 oder vom anderen WZ-TD oder auch, die sind vergleichbar mit der von der Grille 15. Und wenn wir jetzt dann die Premium-Munition angucken, ja, das ist ein komplett anderes Bild. Ihr habt sogar als 10er Medium habt ihr bessere Penn. Klar, es ist Heat, klar, sie ist nicht so schnell wie die APCR. Aber nicht ein guter Wert. Ende der Diskussion. Es ist nicht ein guter Wert. 329. Eben hier im Vergleich, der E4 hat 375 APCR-Penn. Der WZ-TD hat fast 400 Millimeter Heat-Penn. Das sind halt einfach direkt mal komplett andere Hausnummern. Und das muss man sich einfach mal zergehen lassen auf der Zunge. Springen wir jetzt doch mal weiter und gucken uns an, was wir sonst noch zu bieten haben. Und das sind die Genauigkeitswerte dieses Fahrzeuges. Der 114, man könnte ja meinen, ja, 152 Millimeter Kanone ist natürlich nicht so genau. Und wie ist es denn jetzt? Normalerweise sind ja Turm-TDs auf Stufe 10 sehr, sehr selten. Also wir haben eigentlich nur den E4. Wir haben die Shitbahn und die Grille. Und dieses Object 268 Version 5. Das habe ich mir auch überlegt als Vergleich zu nehmen. Nur das Problem ist, was bringt es mir, wenn ich dieses Fahrzeug noch nie gespielt habe, als Vergleich jetzt hier reinzubringen. Ja, und hier haben wir ziemlich interessante Sachen. Also die Genauigkeit während der Fahrt, die sind schlechter. Also 0,25, also da könnt ihr sehen. Nur die Grille 15 ist schlechter. Aber sogar 1 zu 1 ist besser. Der 113 ist besser. Und der E4 sind besser während der Fahrt. Aber die Genauigkeit während der Turmdrehen, also wenn ihr wirklich stehen bleibt und nur euren Turm dreht, da seid ihr echt stark mit dabei. 0,12, das ist vergleichbar mit dem vom 1 zu 1. Der WZ-TD, der gilt nicht, weil der hat ja nur vielleicht so viel, wo er sich hin und her bewegen kann. Und der E4 hat 0,24, also das Doppelte an der Ungenauigkeit. Und dazu kommt, dass der E4 nochmal gut und gerne hier fast eine halbe Sekunde länger einzielt. Also 2,3 Sekunden Einzelzeit bei einem 360-Grad-Turm ist eigentlich ziemlich gut. Gut, klar, die Grille, die ist ein bisschen schneller unterwegs. Aber guckt es mal einfach hier an. Also die Genauigkeitswerte sind wirklich sehr gut vergleichbar mit dem vom 1 zu 1. Also von voller Fahrt halten, dann ist diese 1,1,4 TD schneller beim Einzielen und genauer dann noch als der 1 zu 1. Und das ist mal echt eine Ansage. Also das ist echt nicht schlecht. Also ich bin definitiv da, da bin ich jetzt echt positiv überrascht. Was dann halt auch noch dazu kommt, ist, ihr habt 7 Grad negativen Kanonenrichtwinkel, was ja eigentlich ein Traum ist für ein chinesisches Fahrzeug. Der 1,2,5 Grad. Der 113er GFT-TD 6 Grad. Die Grille hat sogar 7 Grad. Also das sind echt gute Werte, wo ich jetzt sagen muss, Chapeau und da kann was werden. Und eben auch die 0,35 Genauigkeit. Da, äh, nicht schlecht, also so als zweite Linie Support-TD ist dieses Fahrzeug echt gut mit dabei. Also da bin ich jetzt positiv überrascht gewesen und bin gespannt, was denn weiter dazu noch kommt. Plus, wieso man 20 Grad positiven Winkel hat, wissen wir jetzt nicht, aber ist ein kleines Gudi, das nimmt man immer sehr, sehr gerne mit. Schauen wir uns jetzt doch mal die Mobilität an. Und auch hier haben wir eigentlich sehr gute Werte. Klar, er ist nicht so schnell wie eine Grille oder der 1,2,1, der ja wirklich kürzlich gebufft worden ist. Aber 45 kmh Top-Geschwindigkeit, das ist in Ordnung. 15 kmh Rückwärtsgeschwindigkeit, das ist sehr angenehm. Also ich habe jetzt vorhin noch eine Runde E4 gespielt und ich muss sagen, diese 10 kmh rückwärts, die sind ultra ätzend. Also die sind wirklich, wirklich ätzend. Und ich merke es auch, wenn wir CW spielen, dass es einfach sehr unangenehm ist, mit dem im Rückwärtsgang zu fahren, weil du kommst jetzt super langsam um die Ecke. Und das sind natürlich 15 kmh wesentlich bei Weitem besser. Dazu 980 Pferdestärken, gibt uns ein Pferdestärken-Protonne-Verhältnis von 50,6. Und da haben wir auch einen sehr, sehr guten Wert, nur knapp unter dem vom 1,2,1. Grille kommen wir natürlich nicht ran, aber der WZ-TD, der kann einpacken und der E4 kann da auch einpacken. Also mobilitätsmäßig sehr, 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 sehr gut. Turmdrehgeschwindigkeit genau gleich wie der vom E4. Wir dürfen aber nicht vergessen, eben 360 Grad Turmdrehung. Das ist super. Und die Wanddrehgeschwindigkeit mit 30 Grad, die sind auch sehr gut. Also da kann man echt, also ich glaube, dieses Fahrzeug, das wird super, super schwierig zu umrunden sein, wenn ihr wisst, was sie tut. Eben, der E4, der will es noch einfach zum Runden wegen diesen 180 Grad, die er sich drehen kann. Aber der 1,1,4 SP2 definitiv nicht. Das große Problem, was der 1,1,1,4 hat leider, ist schlechte Terrarresistenzen. 1,8, 2 und 2,6. Also wir machen uns lustig über die Grille teilweise, aber die Grille ist bei Meilen besser. Die Werte sind ein bisschen vergleichbar mit denen vom E4, aber sie sind nochmal um einiges schlechter. Also das ist nicht praktisch. Also ihr werdet euch echt, wie man im Englischen sagen würde, sluggisch fühlen oder ziemlich so matschig fühlen. Ihr kommt also echt schlecht vom Fleck weg. Also das ist definitiv nicht gut. Zur Überlebensfähigkeit hier auch eher interessant. Wir haben 2000 Strukturpunkte. Das ist genau gleich, was der E4 auch hat. Wir haben aber leider nur 75 Millimeter Warnpanzo. Und wir haben am Turm nur 135 Millimeter. Das ist natürlich nichts im Vergleich zu dem, was der E4 hat. Mit einer sehr, sehr guten Wanne. Klar, das ist hier ein bisschen falsch. Aber auch der Turm. Der Turm kann ordentlich mal was bouncen. Klar, ihr habt die Kuppel, die als Weakspot ist. Aber zum Glück ist nicht eure ganze Turmfronten Weakspot. Also das ist definitiv nicht so nice. Und auch der WC113 GFT kann man mal Munition oder kann man auch Gold Munition bouncen, wenn ihr wisst, was ihr tut. Ich habe es ja selber gemerkt, dass ich das Ding im G3 Markt habe. Was aber super geil ist, sind die 390 Meter Sichtweite. Heißt also mit einer sehr, sehr guten Crew, mit Ration und so kommt ihr auf 450 bis sogar 460 Meter Sichtweite. Wenn ihr Optiken mitnehmt, dann kein Stress. Dann habt ihr sehr gute Sichtweiten. Also da könnt ihr dann echt super mit performen. Könnt auch wirklich mal für euch selber was spotten. Und das ist wirklich nice. Das ist wirklich, wirklich nice. Also ich mag TDs, die auch gute Sichtweiten haben. Und jetzt möchte ich mal ganz, ganz kurz hier die Panzerung anschauen. Eben, das Ding sieht einigermaßen groß aus. Also das hier unten ist so ein bisschen eine WZ-Wanne. Also so WZ115A in die Richtung. Einfach weniger angewinkelt, schlechter gepanzert. Ja, 75 Millimeter. Also das wird niemanden abhalten. Gut, es ist kein Autopen mit HE. Das ist mal sehr gut. Also da hat der 114 SP2 schon mal einen Vorteil gegenüber der Grille 15. Und die Turmpanzerung eben, 135 Millimeter heißt also eigentlich, das ist hier alles Autopen. Vielleicht sogar die Flanken hier, wenn die nicht gut genug angewinkelt sind. Wenn die 135 Millimeter sind, dann könnte das mal ein Bouncer werden. Wenn es 75 Millimeter sind, vergiss es. Das Einzige, was man von dieser Panzerung sagen kann, ist, hey, es ist kein Autopen für HE. Das ist das Einzige, was man sagen kann. Also auch ein EBR wird euch nicht super einfach pennen können. Was ja mal ein Vorteil ist, eben Grille. Grille ist ein Autopen für HE. Das ist beim 114 SP2 nicht der Fall. Und das ist schon mal, das gibt eben noch ein bisschen mehr Überlebensfähigkeiten wie eben eine Grille. Also nicht nur hat er 200 Strukturpunkte mehr, er ist auch nicht so anfällig für HE. Wie es auf dem Deck aussieht, ob da Arti reinsplashen kann, wissen wir leider nicht. Aber ich muss sagen bis jetzt, es sieht nicht schlecht aus. Also ja, Panzerungsmäßig bin ich da voll mit dabei. So, fassen wir nochmal dieses Ding zusammen. 7 Grad negativen Kanonenrichtwinkel. Nicht gerade guten DPM. Ordentliche Pennwerte, aber auch nicht gerade was glorreiches. 650 Alpha bei einer 152 Millimeter Kanone. Ein voll drehbaren Turm. Mit ordentlicher Mobilität. Ich weiß nicht, was ich von dem Ding halten soll. Das Ding erinnert mich wirklich so ein bisschen, als hätte man ein 2684 mit einem Leopard gekreuzt und irgendwie die schlechten Werte genommen. Der schlechte DPM vom 2684 mit den eher schlechteren Pennwerten und irgendwie mit der Panzerung vom Leopard gekreuzt. Es ist komisch und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist einfach das, was ich davon sagen kann. Und ich weiß nicht, was Wargaming mit dem Ding machen will. Will Wargaming eine neue persönliche Kampagne machen? Will Wargaming einen Zweitbau machen? Wird das ein CW-Reward? Wir haben jetzt ja den Garota Compatimente Quarante Cinco D gekriegt für diese Renaissance-Kampagne. Endlich mal wieder einen neuen CW-Reward-Panzer, der einigermaßen gebalanced aussieht. Nicht OP, aber auch nicht underpowered. Zumindest sagt dir das Phil. Phil hat ja an der Entwicklung von diesem Fahrzeug mitgeholfen, beziehungsweise am Balancing. Und ich weiß nicht, was ich vom 1.4 SP2 halten soll. Und ich weiß auch nicht, was Wargaming mit dem Ding machen will. Wird das ein Blaupausen-Fahrzeug mal? Wer weiß. Warten wir auch schon länger mal drauf. Ein 3XP-Fahrzeug, wie es in World of Warships gibt. Bin gespannt. Das Ding ist, in der jetzigen Iteration vom 1.4 SP2 muss ich sagen, es ist ein einzigartiges Fahrzeug. Erinnert mich ein bisschen ans Object 268 Version 5. Leider eben konnten wir das noch nie testen. Und es sieht nicht ultra scheiße aus. Eben vor allem, weil die Genauigkeit während der Turmdrehung echt gut ist. Die ist echt verdammt gut, Leute. Und dazu halt eben auch eine gute Genauigkeit. Also als Support-TD, beziehungsweise wenn man das Ding so ein bisschen als Support-Medium spielt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man echt gute Werte mit dem Ding erfahren kann. Auch wenn der DPM nicht so gut ist. 650 Alpha darf man nicht unterschätzen. 152 mm Kaliber heißt, wir haben ordentlichen Modul-Schaden. Und heißt aber auch, wir können jegliche 50 mm Platten overmatchen. Also auch gegen einen Stritzwagen oder so ist das Ding ein Traum. Dazu kommt, ihr habt APCR als Premium-Munition. Heißt also, die macht, ui, die geht ziemlich schnell noch weg. Heißt also auch, ihr könnt ordentlich mit dem Ding snipen. Die Standard-Munition, habt ihr euch gesehen, 900 Meter pro Sekunde, nicht so super schnell. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, was Wargamer mit dem Ding macht. Es sieht interessant aus und ich würde sagen, ich freue mich auf das Ding. Es sieht nicht OP aus und es sieht auch nicht underpowered aus. Ein bisschen auf der, also gebalanceden, wirklich sehr gebalanced, sehr gut gebalanced. Vielleicht ein Ticken underperforming. Nur von den Werten her, aber manchmal lügen auch die Werte. Manchmal lügen die Werte definitiv. So, kommen wir zur traditionellen letzten Sektion unseres Videos und das ist das Feedback. Wenn ihr irgendwas habt, dann lasst es mich wissen, was ich besser machen kann. Ihr habt vielleicht mal kurz ein bisschen die, ja, jetzt hört man es höchstwahrscheinlich wieder, der Baustelle über uns gehört. Das war super nervig, wenn man lernen möchte. Mehr Videos kommen bald. Ich habe am Samstag meine letzte Prüfung, letzte wichtige Prüfung. Der Nachricht ist ein Chili Millie. Es gab noch ein paar Map-Änderungen und neue Maps, die gekommen sind. Dazu bin ich jetzt leider nicht gekommen. Ich habe mich jetzt auf dieses Fahrzeug konzentriert, weil das wirklich ein interessantes Fahrzeug ist und ich denke, da seid ihr auch mit dabei. Vergiss nicht zu abonnieren hier auf dem deutschen Kanal. Und noch was, Leute. Wir haben ein riesen Ding erreicht. Mein englischer Kanal hat 10.000 Abos hingekriegt. Das ist eigentlich so der offizielle Punkt, wo ich auch jetzt ein englischer Community-Kontributor wäre. Also da gibt es sicher noch ein kleines Video dazu auf dem englischen Kanal. Ich werde auch ein Q&A machen und werde höchstwahrscheinlich wirklich ein kleines Streaming-Event haben mit ein paar Leuten vom Community-Team. Vielleicht noch anderen Community-Kontributoren. Werden wir noch schauen. Muss ich alles noch planen, wenn ich dann eben meine letzte Prüfung durch habe. Saugeile Sache. Danke euch auch vielmals, die auch meinen englischen Kanal unterstützen. Ihr seid supergeil. Viel Erfolg noch euch auch während der Kleinwurst-Kampagne. Und bis zum nächsten Video. Tschüss, Leute. Tschüss.